Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Echt toll! Sie haben den Bau der Formel-1-Rennstrecke gefärdet? Welcher Formel-1-Rennstrecke? Ihr wart in großer Gefahr! Der Junge war Kimi Uxie. Und dieser andere, der war sein Vater. Eure Schule soll abgerissen werden. Es ist soweit, die Zeit ist gekommen. Ja, Zeit, was zu essen! Hände weg von der Schule! Hände weg von der Schule! Sind wir denn immer noch die besten Freunde, auch wenn unser Zuhause verschwunden ist? Klar sind wir das! Ich trau dem Mädchen irgendwie nicht. Sie verheimlicht was. Ihr wollt mit uns um die Wette fahren? Ihr wollt gegen unser Team antreten? Ihr habt nicht die geringste Chance. Wir dachten, wir könnten ihr Auto ausleihen. Herr Renni! Herr Renni! Ja!